Musik Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum Start einer neuen Serie Zielers Top 11 seht ihr schon im Titel wird diese Serie heißen und natürlich geht es dabei um den Inform Ron Robert Zieler ja der wird hier eine kleine Club Tour machen sozusagen allerdings in einer etwas abgewandelten Art und wie das ganze laufen wird das werde ich euch heute jetzt erstmal hier erklären in den Regeln die Regel Nummer 1 ist, dass Zieler der Starspieler ist das heißt er wird in jedem einzelnen Team, was in dieser Serie vorgestellt wird, vorhanden sein beziehungsweise natürlich der Torwart sein weil natürlich kann man seine Position nicht variieren Regel Nummer 2 ist dann, dass jedes Team der jeweiligen Liga vorgestellt wird wir starten mit der Bundesliga, ich denke mal das ist klar, weil Zieler ja aus der Bundesliga kommt und jedes Team kriegt dann eine kleine Introduction quasi, also eine kleine Vorstellung dann natürlich ja einige Spiele und es wird das Team vorgestellt und so weiter und so fort die dritte Regel ist dann auch relativ überschaubar und zwar jedes Team tritt im Goldpokal an das ganze werde ich noch ein bisschen abwandeln in den nächsten Episoden denn beispielsweise mit dem 1. FC Köln, ich glaube zumindest, dass die keinen einzigen Goldspieler haben außer Helmes, mit denen werde ich dann natürlich nicht im Goldpokal spielen sondern im Silberpokal, damit die konkurrenzfähig sind wenn das ganze Ausscheiden, also wenn Ausscheiden vorkommen sollte beispielsweise in der zweiten, dritten oder vierten Runde dann ist es vollkommen egal, denn ich werde nur einen Versuch starten und ich werde auch nur so lange spielen, bis ich halt aus dem jeweiligen Pokal rausfliege die einzige Ausnahme ist, wenn ich in der ersten Runde direkt rausfliege dann gibt es noch einen zweiten Anlauf, allerdings ein bisschen anders und zwar dann ein Einzelspiel und zwar wird dann auch mindestens ein Einzelspiel gemacht und je nach Sieg oder Niederlage kommt dann auch ein drittes und ein viertes dazu so viel zu diesem Thema und wir kommen dann schon zu Regel Nummer 4 und die ist, ihr schreibt, wer euch am besten gefallen hat also ihr schreibt in die Kommentare, welcher Spieler euer Favorit wäre aus der jeweiligen Episode, aus dem jeweiligen Team Zieler ist natürlich ausgenommen, weil der ist immer dabei und diese Spieler, das ist ein bisschen kompliziert jetzt diese Spieler werden im Endeffekt in die Top 11 kommen beziehungsweise ins Top Team der jeweiligen Liga das heißt, wenn ihr jetzt beispielsweise bei Hannover fiktiv sagen würdet es wäre es Dankevizius, den wir hier gerade auf dem Bild sehen dann würde es Dankevizius in die 11 kommen also in diese Mannschaft reinkommen es sind dann insgesamt 18 Spieler drin und Zieler, muss man dazu sagen, also insgesamt 19 je nachdem, was für eine Gesamtwertung diese Spieler im Durchschnitt in den Partien hatten das heißt, ihr könnt jetzt ja beispielsweise sagen ja, Schulz war der Beste oder es Dankevizius halt aber es Dankevizius hatte in den ganzen Spielen jeweils nur eine Bewertung von 6,5 und einmal von 5,5 hat er einen Durchschnitt von 6 wenn dann beispielsweise, ihr seht das glaube ich ganz gut an diesem Beispiel hier wenn das jetzt beispielsweise ein Ribéry ist, der eine Durchschnittsdose von 7,2 hatte und ein Kagawa, der eine Durchschnittsdose von 7,9 hatte dann ist Ribéry nicht in der Startelf, sondern sitzt nur auf der Bank und Kagawa ist in der Top 11 es kommt auch nicht darauf an, welche Positionen sie spielen das heißt, wir spielen am Ende im 4-1-2-1-2 es kann da durchaus sein, dass da nur linke Mittelfeldspieler drinstehen je nachdem, also es ist nicht wirklich, ja festgegeben mit diesem Team, mit diesem vervollständigten Team der Top 11 der Liga quasi wird ebenfalls ein Goldpokal, dann wirklich auch ein Goldpokal angetreten und natürlich wieder versucht, ja, dass der gewonnen wird wenn das Ganze fertig ist also wenn wir die eine Liga vervollständigt haben was 18 Episoden dauern wird dann kommt die nächste Liga dran das heißt, beispielsweise die Barclays Premier League es werden außerdem erst die Top-Ligen dran kommen bevor die kleineren Ligen dran kommen das heißt quasi, ja die Premier League steht beispielsweise über der Eredevise ich denke mal, das ist aber auch ganz klar weil ich natürlich das Ganze ein bisschen interessanter halten will und mit höheren Ligen, mit besseren Ligen ist das natürlich erstmal interessanter ich weiß noch nicht genau, wie lange diese Serie gehen wird es kann sein, dass sie bis zum Ende von 4 auf 15 dauern wird ich denke aber eher nicht trotzdessen gibt es sehr, sehr viele Teams und die Serie wird auch nicht täglich kommen sondern, ja, so alle paar Tage so jeden zweiten oder so die dient quasi als Pendant zum Ultimate Team zu den Ultimate Team Videos wo ja alles mögliche drin kommt wie Squad Builder, wie Spiele, wie, ja, Player Reviews und so weiter und so fort dazu ist quasi das Pendant jetzt nicht mehr die Road to Glory die nur noch bei Gelegenheit kommen wird weil es da ein paar Komplikationen gibt sondern diese Serie Zielers Top 11 gut, wir fangen an heute mit der ersten Episode und ich denke mal, das ist ganz eindeutig, ja wer da dran kommen wird und zwar ist es natürlich das Team, bei dem Ron-Robert Zieler spielt und zwar Hannover 96 die wurden gegründet am 12. April 1896 sind in der Bundesliga seit 2002 waren vorher zwar schon mal drin aber der letzte Aufstieg war in der Saison 2001-2002 seit 2002, 2003 spielen sie in der höchsten deutschen Spielklasse die letzte Platzierung in der Saison 2013-2014 war der 10. Tabellenplatz und der Trainer momentan ist Taifun Korkut, der Türke gut, wir kommen ja zu den Erfolgen von Hannover 96 die sind nicht ganz so ausgeprägt wie bei anderen Vereinen aber immerhin zweimal die deutsche Meisterschaft beziehungsweise nicht die, doch von der Bundesliga denn es ist vor der Gründung der Bundesliga passiert 1938 und 1954 aber immerhin einmal der DFB-Pokal 1992 also vor gerade mal 22 Jahren damals übrigens als erster Zweitligist der den jemals gewonnen hat mein Lieblingsspieler in diesem Team ist, denke ich mal sehr weit bekannt, hinreichend bekannt das ist natürlich Christian Panda der dieses Jahr eine 73er-Karte hat 68 Pace, 72 Dribbling, 68 Shooting 72 Defending, 75 Passen und 73 für 6 gut, als nächstes kommen wir jetzt zur Teamvorstellung kommen wir also zur ersten Teamvorstellung und natürlich im Tor mit der Nummer 1 Ron-Robert Zieler ich habe die Rückennummern hier bei diesem Team noch nicht angepasst einfach weil ich vergessen habe bei den nächsten Teams, die ich vorstellen werde werde ich auf jeden Fall auch die Rückennummern natürlich genauso machen, wie sie in Realität sind aber wie gesagt, heute habe ich es einfach vergessen 84 Hechten, 94 Reflexe, 79 Ballsicherheit, 85 Positioning, 46 Tempo und 65 Abschlag, 1,88 Körpergröße, 12.000 Coins gekostet unsere neue Nummer 1 in dieser Serie sieht schon ziemlich stark aus Land und 2 Sterne Weakfoot was für ein Torwart immer ein bisschen blöd ist aber immer noch besser als Juri der ja 1 Sterne Skill und 1 Sterne Weakfoot hat also sieht an sich schon gar nicht so schlecht aus und wir gucken uns einfach mal den Rest unseres Teams heute an es ist wie gesagt Hannover 96, dementsprechend darf man nicht zu viele Goldspiele erwarten und in der Verteidigung geht es direkt los mit Silberspielern und zwar haben wir da, wenn wir dann auf 96 irgendwann mal gegangen sind jetzt haben wir es hier, ja wunderbar Christian Schulz und auf der anderen Seite, ja, den guten Felipe also ein Brasilianer und ein Deutscher an sich zwei sehr gute Innenverteidiger allerdings beide nicht besonders schnell 63 und 64 Tempo an sich aber mit 71 und 75 Defending und Barphysics ganz in Ordnung Sakai auf der rechten Seite mit gutem Pace, gutem Defending, gutem Physics kann man auf jeden Fall machen Links Panda, der ist absolut nicht schnell, hat dafür aber gutes Passspiel guten Schuss, gutes Dribbling, Defending und Physics gehen auf jeden Fall auch in Ordnung außerdem ist es mein Lieblingsspieler deswegen muss er auf dieser Position einfach stehen auf der sechster Position haben wir da mehrere Möglichkeiten und zwar habe ich mich entschieden für den Kampfwürfel Manuel Schmiedebach hat an sich gute Werte, 54 Shooting ist ein bisschen abfallend aber ansonsten alles über 70 und sieht sehr solide aus im rechten Mittelfeld haben wir dann den höchst bewerteten Spieler von Hannover 96 und zwar ist das, ja, der Capitano und momentan der beste Spieler bei 96, der auch extrem fehlt, weil er verletzt ist Lars Schnindl mit sehr soliden Werten, alle über 70 und mehr gesamt als Messi gut, Bittenkurt auf links mit Forster Skills und gutem Tempo außerdem gutes Dribbling kann man auf jeden Fall machen unser 10er ist dann nicht der allerbeste Spieler aber Kiyotaka hat ja Werte, die in Ordnung sind auf jeden Fall 75er Gold in Non-Rare Spieler und unsere Sturmspitze besteht dann aus zwei relativ guten Silberspielern und zwar aus Rossellou und auf der anderen Seite haben wir den Franzosen Jimmy Briant also, das Ganze sieht sehr in Ordnung aus beide Stürme übrigens an sich sehr gut zwar ist Rossellou ein bisschen langsam, aber dafür macht er das mit anderen guten Stats wieder weg ja, das ist das Team, es hat relativ viele Nationalitäten beziehungsweise an sich hat Hannover sehr viele Nationalitäten was man vor allem auf der Bank sieht hier haben wir jetzt gerade mal, ich glaube vier Nationalitäten sind es insgesamt aber hier haben wir Dänemark, hier haben wir Schlaudraff hier haben wir Gülzelam mit Türkei, Soberg mit Polen, Albonos mit Chile, Tezka mit Deutschland nochmal und Kenan Karaman ist Türke genauso wie Trainer Taifun Korkut so, das ist das Team und ich würde sagen, wir gehen gleich mal ins erste Spiel natürlich im Champions Shield, also im Goldpokal und ich bin sehr gespannt, wie man sich mit so einem Team hier schlagen kann weil, wie gesagt, es ist halt ein Team, was nicht unbedingt Silber ist und das ist ein bisschen doof mir ist übrigens gerade aufgefallen, ich kann gar nicht Silberpokal spielen beispielsweise mit Teams wie Köln, denn Zieler ist ja immer Gold naja, gut, wir gehen ins erste Spiel Soria ist das Team und dafür muss man sich auch entschuldigen denn es ist einfach ein komplettes Mainstream-BPL-Team nichts Besonderes, muss man nichts zu sagen wir gehen einfach direkt in die erste Szene und ich werde euch eigentlich nur Highlights zeigen beziehungsweise eigentlich nur Tore aber die größten Chancen, beziehungsweise die besten Aktionen von Zieler die werden natürlich auch mal in dieser Serie enthalten sein hier haben wir Jose Luda, versucht es mal aus knapp 16 Metern der Ball schlägt aber gegen den Pfosten und wird dann im Endeffekt geklärt aus der Verteidigung hinaus und dann kommen wir zur ersten Szene von Zieler Remi geht frei aufs Tor zu, macht das an sich gut aber Zieler ist da mit einem richtig starken Reflex verdient hier das 1 zu 0 und dann kommt Jimmy Briand mit dem Ball auf Rossellou Rossellou ist frei durch vom Tor von Howard und haut den Ball rein zum 1 zu 0 nach 23 gespielten Minuten schönes Tor vom Spanien, da sieht man der Abschluss ist bei ihm auf jeden Fall gut zwar nicht der schnellste, nicht der agilste aber kann dafür einiges anderes das ist genau wie in Realität auch wenn die Karte im Vergleich zur Realität ja nicht unbedingt dem entspricht was er da zeigt allerdings direkt nach dem Anstoß ja man sieht halt das größte Problem von 6,90 ist Pace und Remi hat es halt es gibt wieder mal einen Fehler im Spiel das sieht man hier ganz eindeutig Zieler springt nach links er grätscht den Ball mit mehr Kraft aufs Tor als er schießen könnte und der Ball ist halt im Tor da kann kein Tor was machen in diesem Spiel da kann man absolut nichts gegen tun man geht ja dann irgendwann aufgehört zu spielen wie es aussieht der Ball auf Briand der macht das 2 zu 1 nach 35 Minuten schönen Hakenpass vorher von Rossellou der mit seiner Vorlage nach seinem Tor und Briand ebenfalls ist mit einem Tor und einer Vorlage also das Sturmduo spielt schon relativ gut auf in dieser Partie und es ging weiter mit guten Szenen Rossellou mit der erweiterten Ballrolle geht in den 16er zwei Leute können hier nicht wirklich aufhalten er geht einfach mal einen Schritt zurück schießt mit links und macht das 3 zu 1 nach 40 gespielten Minuten schönes Tor von Rossellou schnürt seinen Doppelpack und bewirbt sich hier auf jeden Fall schon mal für den ersten Man of the Match in dieser Serie und es ging weiter in der zweiten Halbzeit wieder mit uns vorne Briar auf Schmiedebach und der sweatet drüber weil er selber nicht schießen kann auf Kiyotake und der macht auch sein Tor in der 53. Minute zum 4 zu 1 gegen ja den Teamnamen KSI und der hat sich dann entschieden komm Asalona ich quitte einfach mal und gebe uns dementsprechend jetzt hier beziehungsweise gebe euch beziehungsweise gebe mir jetzt dementsprechend die zweite Runde hier im Pokal 4-1-Sieg ist auf jeden Fall schon mal gar nicht so schlecht und dementsprechend können wir das jetzt fortsetzen hier seht auch mal die Spielerbewertung wenn euch das interessiert allerdings sollt ihr mir ja in die Kommentare schreiben wer für euch der beste Spieler war und das hängt natürlich nicht nur von den Spielerbewertungen ab ihr könnt das natürlich nicht perfekt beurteilen aber trotzdem würde ich das gerne sehen beziehungsweise gerne von euch wissen wen ihr da drin haben wollt ihr könnt auch einfach euren Lieblingsspieler vom jeweiligen Team reinschreiben ganz euch überlassen je nachdem was ihr da haben wollt gut FC Sucuk ist dann der nächste Gegner und zwar ja mit einem sehr starken BVA-Team beispielsweise mit Ramos Neymar Benzema Rodrigo in Form Modric Iniesta Godin in Form Ani Alves und das merkte man auch gleich Modric mit der ersten Chance aber Zieler hält diesen Ball hier wiederum stark und wehrt den Ball zur Ecke ab die erste gute Aktion von unserem deutschen Nationaltorwart von unserem Weltmeister der Ball dann von José Lu auf Briand und Briand kann sich wieder durch gegen die Verteidigung durchsetzen macht das wunderbar Dragback hin nach hinten gezogen ja wunderbar 1 zu 0 nach 16 gespielten Minuten die Führung für Hannover 96 beziehungsweise für uns halt in dieser Partie für Zielers 96-11 und das war natürlich nicht das Endergebnis denn der Gegner mit einem deutlich besseren Team und mit Pace Neymar mit der Ballrolle wunderbar gemacht der Schuss mit links und der Ball ist im Tor nach 23 gespielten Minuten zum 1 zu 1 war sehr verdient zu diesem Zeitpunkt denn er hat einfach viel mehr nach vorne gemacht und es fehlte meinem Team vor allem an einem und zwar an Pace der Ball in die Mitte gespielter als Benzema der Ball wird abgewehrt aber da ist Sami Khedira mit dem Schuss gute Parade von Zieler Benzema und wieder gute Parade von Zieler klasse Reflex von unserem Mann im Tor sollte aber nicht besonders viel bringen denn 2. Halbzeit der Ball auf Rodrigo der geht in den 16er und da ist Schmiedebach und bringt ihn zu Fall der Elfmeter ist vollkommen gerechtfertigt nach knapp 48 gespielten Minuten natürlich bitter kurz nach der Halbzeit aber ja kann man halt nichts gegen machen wenn Rodrigo mit so einem Tempo in Strafung geht dann muss Schmiedebach da irgendwas machen und so war das der einzige Weg ihn zu stoppen Ziel hat in Realität wie das jetzt heute hier laufen wird Benzema gegen ihn wenn er es in Realität nicht kann sollte er es in FIFA eigentlich auch nicht unbedingt können aber er hält den Ball wunderbar es bleibt im 1 zu 1 schöne Parade von Zieler der wieder mal zeigt dass er ein richtig guter Keeper ist dann die Chance für Kiyotake mit dem Kopfball geht aber an die Latte eigentlich bitter genug dass der das im Kopfball kommt gegen Kassias und so weiter und so fort aber ist ja nichts draus geworden anders als hier Philippe mit dem Fehler Neymar mit dem Schuss und Neymar mit dem 2 zu 1 64 Minuten waren da gespielt und dementsprechend war es jetzt natürlich ein Spießrutenlauf denn jetzt haben wir der Gegner angefangen abzufacken hat viel hinten rumgespielt hat gesweated teilweise beziehungsweise es versucht und nicht geschafft und dann der Ballaufbänzema der Lupfer und natürlich muss er sich alles dreimal angucken und diesen Jubel hier rausholen ich glaube ich muss nichts dazu sagen wir kennen diese Abfacker alle aber ich bin jetzt nicht besonders beeindruckt davon und dementsprechend ist es mir relativ egal an sich trotzdem bitter dass wir hier verloren haben es gab einige Chancen aber der Gegner war einfach besser die letzte Chance der Partie dann für Kiyotake der versucht es hier nochmal scheitert aber an Kassias und danach war es dann vorbei also zweite Runde Pokal aus für Hannover 96 90 kennen wir irgendwo her glaube ich ja muss man nichts zu sagen denke ich mal in Realität sind wir genauso schwach im Pokal wie in dieser Runde es lag ganz einfach daran dass es zu wenig Pace gab und dass dieser Gegner wirklich gar nicht mal so schlecht gespielt hat allerdings ist das auch nicht so schlimm denn ja in den zwei Spielen hat man schon relativ gut gesehen wer hier die Starspieler sind und Thiel hat sich auch gut präsentiert und das ist ja im Endeffekt der Sinn der Serie wir kommen nochmal zu den Abschlussnoten der jeweiligen Spieler und danach kommen wir zur Endbewertung der Mannschaft bei der abschließenden Bewertung starten wir erstmal mit dem Flop der Episode und das ist leider Gottes Christian Panda es tut mir in der Seele weh aber ja mein Panda Bär ist einfach leider in FIFA ein nicht konkurrenzfähiger Spieler zu langsam auf der Linksverteidiger Position zwar mit gutem Physik guter Schuss guter Pass alles in Ordnung allerdings kannst du das Links halt überhaupt vergessen wenn du nicht mit den Außenspielern mithalten kannst und das kann Panda halt leider nicht deswegen ist er der Flop der Episode aber es gab auch Lichtblicke und zwar kommen wir zum MVP der Episode und da gibt es heute zwei und zwar einmal Ron-Robert Zieler der zwar immer dabei ist aber trotzdem heute sehr sehr gut gehalten hat und Jimmy Briand war für mich zumindest der beste Spieler ob das für euch genauso war werde ich ja in den Kommentaren sehen denn ihr entscheidet wer aus dem Team von Hannover 96 im Endeffekt in die Top 11 von Zieler aus beziehungsweise die Top 18 die Top Mannschaft der Mann von Zieler aus der Bundesliga kommt gut wir kommen jetzt schlussendlich noch zum Gesamtrating von Hannover 96 und ich gebe Hannover auch wenn es mein Lieblingsteam ist nur eine 6,5 und muss ja objektiv bleiben Hannover einfach aufgrund des fehlenden Paces nicht konkurrenzfähig mit Spielern wie Schlaudraff, Wittenkurt und Briand hat man zwar gute Spieler allerdings mit Spielern wie Schulz Felipe oder halt auch Panda auch einfach zu langsame Spieler dementsprechend nicht ganz konkurrenzfähig aber an sich trotzdem nicht das schlechteste Team auf jeden Fall in FIFA gut das war es von dieser Episode ich hoffe die erste Episode von Zielers Top 11 hat euch beziehungsweise Zielers Top 11 hat euch gefallen wenn ja lasst einen Daumen nach oben da würde ich mich sehr drüber freuen und schreibt mir in die Kommentare welches Team ihr als nächstes sehen wollt in der heutigen Episode beziehungsweise für die nächste Episode mache ich das Ganze noch auf YouTube ab der nächsten Episode werde ich das auf Facebook verlegen weil das da deutlich einfacher ist aber für diese Episode schreibt einfach euer Team was ihr in der nächsten Episode sehen wollt in die Kommentare bis zum nächsten Mal ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag haut rein und ciao